Der Investor hat heute verkünden lassen, dass er bis zum 18.03. keine weiteren Baumaßnahmen unternimmt. Also nicht nur an der Bauer, sondern auch auf seinem ganzen Grundstück nicht. An dem Tag sollen es Verhandlungen zwischen ihm und uns geben und bis dahin ist hier ein Baustopp verkündet worden. Was ist mit der Aktion hier für die Leute, die in den USA sehen? Wir stehen hier, um das letzte, langste Teil der Berlin Wall zu retten. Das ist nun ein Stück von Kunst, um die neue Freiheit zu zeigen, nachdem die Wall zu fallen. Amen.